Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Aukrokom-Feld. Ja, wir sind jetzt wieder am Hof und wir stehen hier vor unserem John Deere, weil der Mais-Häcksler oder ja gesagt, der Drescher, der war ja voll und ich dachte, sollst du das Feld jetzt fertig machen oder sollst du alles mitnehmen? Da diese Diskussion des Öfteren ja mal bei mir ja aufkommt, von wegen soll ich vorarbeiten, soll ich nicht vorarbeiten, soll ich da zeigen, soll ich nicht zeigen. Dachte ich mir, komm, du lässt jetzt alles so, wie es ist und machst ganz einfach da weiter so, wo und wie du aufgehört hast. So, das heißt, jetzt erstmal einen Träger holen, mit dem erstmal den Mais abfahren, ne? So, weil an den ganzen anderen Gerätschaften überall schon was dran ist und weil ich noch ein bisschen was im Hinterkopf geplant habe. Ich weiß aber noch nicht, ob es aufgeht. Ähm, war jetzt nur noch der John Deere frei und ich wüsste mal gern, was das momentan ist bei mir. Ähm, habe ich wieder vermehrt, warum auch immer. Ähm, es ist so Ruckler im Spiel, immer wenn ich dann in das Game reingehe, warum auch immer. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wo dran das liegt, weil das habe ich jetzt fast über, über ein Jahr nicht gehabt und jetzt auf einmal ist halt wieder, hm, ganz, ganz komisch irgendwie. Aber gut, irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren und so schlimm wird es ja jetzt so nicht sein, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, ja, also ich habe ja auch mal die Kommentare gelesen von den letzten Videos und da wurde unter anderem ja auch geschrieben bezüglich des Häckslers. Behalt doch den kleinen. Gut, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Wir werden den kleinen Häcksler, den werden wir behalten, dann gehen wir den Großen wieder zurück. Ähm, dennoch wird es so sein, dass man sich da eventuell in Zukunft einfach mal Gedanken macht, sollte noch mal so eine Aktion starten, hier mit dem Körnermais, dass wir da hergehen und ähm, ähm, dass wir uns da mal noch so ein Schneidwerk für besorgen, was dann auch der kleine Drescher bewältigen kann, ne? So. Super. 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 Der lädt ab. Das ist gut. Weil da fahren wir den nämlich auch dann direkt verkaufen, weil weiterverarbeiten, äh, würde ich nicht. Ich glaube, der bringt gut Geld und wir werden das Feld jetzt hier gerade noch fertig machen. Ja, genau. Genau. So. Dann machen wir das Feld jetzt noch hier fertig. Machen wir jetzt mal in Ruhe. Gehen wir auch in dem Sinne entspannt in die Woche rein mit der Folge, weil das ist ja die Montagsfolge. ne? Wie ihr wisst. Natürlich kommt immer darauf an, wann ihr die Folge guckt, aber hier das ist die Montagsfolge auf jeden Fall. Gehen wir entspannt hier beim Mais häckseln mit rein. So. Und so viel ist das ja auch nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Nein. Sommer triggert mich, ne? Wir haben eine Pflanze stehen lassen. Dann könnt ihr mir gerne mal eure, äh, eure Ansicht reinschreiben. Sagt ihr, oh, ne, das juckt mich nicht, ich fahre weiter. Oder sagt ihr auch, boah, ne, das geht gar nicht. Und ich habe da eine Pflanze vergessen oder so einen kleinen Strich oder so. Und ich fahre nochmal zurück. Mir würde mich mal interessieren, ob nur ich irgendwie so diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Eindruck habe. Oder ob ich dann nicht alleine bin. So. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Feld hier total vergessen. Ich wollte dieses Feld mit einem anderen Gerät abernten, einem anderen Häcksler, einem gezogenen Häcksler. Könnten wir natürlich jetzt auch noch machen mit der Wachstumshase hier. Klar. Aber irgendwo, ja, weiß ich nicht. Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn, schon wieder, wenn der Mais eine solche Farbe hat hier, ne, dann heißt das für mich, das ist nur noch Körnermais. Wenn der schön, grün, saftig ist. Das ist für mich der perfekte Häckslermais. Im LS. Ne? So, und ich kenne es halt auch aus dem, aus dem echten Leben so. So, und sobald der Mais so aussieht, dann wird der meistens nur noch gedroschen. Also, dass nur noch die Maiskörner geerntet werden. So kenne ich das. Wie gesagt, wenn ich da falsch liege oder ihr eine andere Ansicht habt, teilt sie mir gerne mit. Ihr wisst ja, wo ihr das machen könnt. Entweder macht das unten in den Kommentaren unter dem Video. Oder ihr könnt auch gerne mal auf den Discord kommen. Schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Das ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, wenn ihr da Lust, Laune habt, guckt da gerne mal vorbei und kommt da gerne mit drauf. Ne? So. Aber ich finde das schon wieder was stehen lassen. Gibt es doch nicht. Aber ich finde das total entspannt. Einfach mal schön Drescher fahren. Schön Drescher fahren und einfach häckseln oder dreschen. Das finde ich echt entspannt. Es ist etwas für die Seele. Aber ihr könnt mir gerne auch mal mitteilen, was ihr sehr gerne macht im LS. Oder gibt es Sachen, die ihr nicht so gerne macht oder die ihr prinzipiell, sage ich mal, spieletechnisch ausstellt sogar. Oder sagt, boah ne, das habe ich im realen Leben so viel oder das gibt es zwar im echten Leben. Da habe ich aber hier beim Spielen gar keine Lust drauf. Gibt es ja. Ist ja genauso wie bei mir. Ich bin jetzt hier der Steinefreund. Ich habe ja auch prinzipiell, ich bin ja ein Spieler, der hier und da gerne mal, ja, wenn alles anhat, was das Spiel hergibt, dann auch mit Steinen, mit Unkraut, mit allem drum und dran. Und habe da nicht gesehen, aber ich bin wirklich ein Befürworter und auch, ja, wenn ihr die Möglichkeit gebt, dann bin ich einer, der als erstes schreit, hier Steine ausstellen. Ich weiß es nicht, ich mag das nicht. Also, was heißt, ich mag das nicht, das ist ja auch falsch gesagt. Ähm, ich überspringe gerne diesen Schritt, weil, weiß ich nicht, der hält nochmal, der hält nochmal auf. Meines Erachtens, ob das natürlich jetzt so auch für jeden irgendwie nachvollziehbar ist, das mag ich mal dahin bestellt lassen. Aber es gibt ja auch Leute, die stellen Steine aus, Unkraut aus, Flügen aus. Die können ja direkt einfach nur eine Drecksaat kaufen und dann, und dann jalla. Gut, wie gesagt, jetzt stellt sich ja jeder so sein Ding ein, wie er möchte und wie er kann und wie er will, das soll er ja auch, ne? Aber so einen gewissen Ablauf, finde ich, sollte man, also nicht sollte, aber kann man mal drüber nachdenken, ob man den nicht vielleicht dann doch noch zusätzlich macht oder mit einbindet. Finde ich. Aber ohne Witz, ich finde das total entspannt gerade hier. Ist man nur hier per Innenansicht und so. Können wir per Außenansicht gehen. Ja. Ist natürlich was lauter. Aber ich finde das total entspannt. Und dann geht es natürlich noch darum, dass mir das Feld, ja, dass mit das Feld jetzt wieder mulchen. mulchen, kalgen, düngen, wieder neu ansäen und, und, und. Und eins steht fest. Wir müssen sehen, dass wir Silage bekommen. Weil das eine Silo ist leer, ne? Das eine Silo ist leer. Wir haben zwar noch die zwei großen Wiesen. Wir können da auch schon wieder unterscheiden. Soll mir Heu. Also passt auf, dass der Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ist, wird mir jetzt wieder Mais ansehen. Der dauert jetzt wieder. Oh, ne Ende. Bis der Reif ist. Können wir machen. Das Problem ist, was machen wir aber zwischendrin? Wir müssen hier investieren. Wir müssen hier immer irgendetwas zu tun haben, ne? Und, ähm, wir brauchen ja Silage. Ich kann hier jetzt nicht ingame, sag ich mal, ein halbes Jahr warten, bis die Silage fertig ist. Wenn ich hier zum Beispiel ein Feld mit, äh, als Silo mache, ne? Deshalb könnte ich halt in die, äh, in unsere Hofproduktion, da könnte ich Gras reinfahren. Und das Gras sollte er mir aufteilen, zum Beispiel Hälfte Silage und Hälfte Heu. Und daraus sollte er mir dann die Mischration machen. Dann hätte ich alles zusammen. Das Problem ist nur, ich bräuchte Silage ja selber, aber der greift mir die ja direkt ab. Und deshalb war ich am überlegen, ob ich mir nicht eventuell, ja, oder ob ich das nicht so mache, dass ich wieder so dieses Feld teile, halb halb machen, halb Heu und halb Gras. Weil dann habe ich Heu nämlich ohne Ende, also genug. Und dann hätte ich den Rest nämlich noch Gras. Und das Gras, das könnte ich dann so einstellen, dass der, dass der mir das fermentet, in dem Sinne, in der Hofproduktion. zu Silage. Und die könnte ich ja dann wiederum abgreifen für die BGA. Keine Ahnung, am Tag ein, zwei Anhänger einfach da reinfahren oder so. Und den Rest, sag ich dem, soll der mir davon wieder abgreifen für zur Mischration Herstellung. Ich muss mal gucken, aber Mischration haben ja auch ohne Ende, ne. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber, Leute, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen und wir haben ingame jetzt viertel vor acht, also abends. Ich sage euch, was wir jetzt machen. Wir werden es so machen, der Drescher ist jetzt auch schon wieder voll jeden Moment. Das bisschen habe ich jetzt noch hier zu dreschen. Ich werde das jetzt noch fertig machen und dann geben wir diesen Drescher wieder zurück. Ich werde den abtanken, werde den anderen Drescher, unseren Drescher dann wieder zum Hof fahren. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hier den Mais verkaufen. So, jetzt lasst mich gerade noch mal gucken, den Körnermais verkaufen. Wir haben Dezember, Mais, 1, 2 Dezember, Januar. Das heißt, wir werden den am nächsten Tag verkaufen. Da geht er nämlich hoch bis 2600 Euro. Das ist sehr, sehr gut, ne. So, jetzt tappe ich mal gerade hier durch. So, 10.500, 20.000, 20.000, 20.000, 21.000 Liter, 21.000, 2.000, ja. Also, wir kriegen da auf jeden Fall ein gutes Sümmchen bei raus, ne. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. 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 Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für das Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn nicht hier, ja, weiter geht auf der Alkoholfeld beim Körnermaisverkauf. Und dann gucken wir mal, was die anderen Felder mal noch hier so hergeben, weil dann sind wir schon im Jahr 2 und zwar im Januar. Dankeschön. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.